Seit drei Jahren Pandemie, ein Jahrhundert Hochwasser und seit diesem Jahr ein Krieg, eine Energiekrise und Inflation. Großkrisen gehören inzwischen zu unserem Alltag. Und ein Stück weit haben wir uns daran sogar gewöhnt. Doch genau hier liegt das Problem. Wer unter solchen Bedingungen ein wichtiges Anliegen hat, der muss laut und schrill sein, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Manche Gruppen wählen sogar radikale Mittel, um Aufmerksamkeit zu erregen. So auch die Klimaaktivisten der letzten Generation. Für ihr Anliegen überschreiten sie Grenzen und übertreten Gesetze. Doch bis an welchen Punkt ist das tolerabel? Und wie sollen Gesetzesübertritte sanktioniert werden? Brauchen wir härtere Strafen gegen zivilen Ungehorsam? Darüber will ich diskutieren. Und das sind meine Gäste. Konstantin von Notz, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Und Günter Krings, CDU-Politiker und rechtspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion in Bayern hier im Studio. Ein herzliches Willkommen. Guten Abend. Guten Abend. Herr von Notz, der Volksmund sagt ja, der Zweck heiligt die Mittel. Können Sie mit diesem Spruch im Zusammenhang mit dem Thema unserer Diskussion etwas anfangen? Sehr wenig. Ich glaube tatsächlich, dass wir in einem demokratischen Rechtsstaat leben und dass es da für die Durchsetzung von Zielen eingeübte demokratische und verfassungsgemäße Mechanismen gibt. Und auf die sollten wir vertrauen. Ich glaube, eigentlich sind wir für die Diskussion und für das, was ansteht, gut aufgestellt, besser als viele, viele andere Länder. Herr Krings, unser Grundgesetz sieht ausdrücklich ein Demonstrationsrecht vor. Das ist einer der Mechanismen, die Herr von Notz schon angesprochen hat. Dieses Demonstrationsrecht steht auch unter besonderem Schutz. Das hat etwas mit unserer Geschichte zu tun. Würden Sie denn den Protest der letzten Generationen da einordnen und sagen, das ist erst einmal in diesem Sinne ein legitimer Protest? Also richtig, Versammlungsfreiheit oder Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht, ein hohes Gut, aber kein Freibrief für Straftaten. Und das ist, was hier passiert. Die letzte Generation, die begeht nicht nebenbei mal ein paar Straftaten, sondern hat sozusagen gerade auf das strafbare Verhalten abgesehen. Eben eine ziemliche Gier nach Aufmerksamkeit. Und das ist nicht in Ordnung. Das kann der Rechtsstaat nicht hinnehmen. Das ist nicht tolerabel. Jetzt sind wir schon im Prinzip in der Mitte einer Definitionsdebatte. Herr von Notz, wenn Bürger oder Bürgerinnen ihren Protest verbal zum Ausdruck bringen oder durch Versammlung, dann sind das Demonstranten. Wenn da ein aktives Handeln zukommt, dann sprechen wir von Aktivistinnen und Aktivisten. Jetzt sind Sie in einer Partei, die selber eine gewisse Tradition hat, auch selber als Bewegung wahrgenommen zu werden. Waren Sie selbst eigentlich irgendwann einmal in dieser Zeit so etwas wie ein Aktivist? Aktivist ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Aber ich habe natürlich an zahlreichen Demonstrationen teilgenommen. Und das ist ja auch das gute Recht der Menschen in diesem Land zu demonstrieren. Das tun Menschen, Bürgerinnen und Bürger aus den unterschiedlichsten Gründen für die unterschiedlichsten Ziele. Und das würde ich mal als allererstes festhalten. Die überragende Mehrheit der Leute, die sich für Klimaschutz engagieren, die Fridays for Future Demonstrationen, die laufen alle im ordnungsgemäßen Rechtsrahmen. Da wird dieses Grundrecht wahrgenommen. Und jetzt gibt es eben eine Gruppe, die entscheidet sich, auch Straftaten zu begehen, Nötigungen, Sachbeschädigungen, Hausfriedensbruch, vielleicht in einigen Fällen Eingriff in den Straßenverkehr. Und die müssen dann auch damit rechnen, dass sich die Gerichte mit diesen Handlungen auseinandersetzen und dann zu verhältnismäßigen Ergebnissen kommen. Dass das Thema grundsätzlich nicht auf der politischen Agenda ist, das teile ich nicht. Denn wenn man mal anguckt, jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, okay. Aber wenn man die letzten Jahre anguckt, dann sieht die überragende Mehrheit der Menschen in unserem Land den Klimaschutz, die Bekämpfung der Klimakrise als ganz, ganz wichtiges politisches Ziel und als wichtige politische Aufgabe. Und deswegen viele Menschen müssen gar nicht so wahnsinnig darauf aufmerksam gemacht werden, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Nach meiner Wahrnehmung richten sich die Demonstrantinnen und Demonstranten gar nicht dagegen, dass es nicht auf der politischen Agenda sei, sondern dass es nicht mit dem Nachdruck verfolgt wird, den sich jetzt diese Gruppe eben wünschen würde. Noch mal nachgefasst, wenn Sie auf Ihr eigenes politisches Leben zurückblicken, gab es Momente, wo Sie sagen, man muss über den verbalen Protest und über eine reine Versammlung hinausgehen und eben zu einem Aktivisten werden, um etwas zu erreichen? Ich glaube, dass wir in einem demokratischen Rechtsstaat leben und dass es zur Durchsetzung von politischen Zielen, es da klare und sehr gute und bewährte Mechanismen gibt. Man braucht politische Mehrheiten und am Ende braucht man sogar parlamentarische Mehrheiten. Und ich teile die Analyse der Menschen, die sagen, es muss mehr für den Klimaschutz getan werden. Es ist vollkommen eindeutig, dass mehr für den Klimaschutz getan werden muss. Das sagt die Wissenschaft, das sagen die Verantwortlichen auf globaler und europäischer Ebene. Völlig klar, wir müssen mehr tun. Nur der Weg dafür ist, Gesetze im Parlament zu machen und nicht sich auf der Straße festzukleben oder gegen Kunstgüter vorzugehen oder die zu bedrohen zumindest. Weil ich glaube, das ist hochgradig kontraproduktiv. Die Menschen kriegen nicht die Einsicht, wenn sie im Stau im Berliner Morgenverkehr nicht zur Arbeit kommen und sagen, ah Mensch, ich sitze jetzt hier so, jetzt denke ich gerade drüber nach, man müsste irgendwie mehr für Klimaschutz tun. Sondern die ärgern sich unheimlich, weil sie das Gefühl haben, dass ihr Alltagsleben sabotiert wird. Und die Antwort darauf kann nur sein, wir müssen bessere Angebote, wenn sich das gegen den Verkehr richtet, solche Aktionsformen, wir müssen bessere Angebote dafür schaffen, dass die Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Und das geht eben nur politisch, demokratisch, parlamentarisch. Und das ist, glaube ich, der Weg, den wir da gehen müssen. Herr Krings, haben Sie aus Ihrem politischen Laufbahn heraus so etwas wie eine Sympathie für die Demonstranten gerade? Also können Sie das Mittel der Demonstration, möglicherweise auch der Aktion, nachvollziehen? Also von Notz haben Sie ganz konkret nach seiner Protest- oder Aktivistenvergangenheit gefragt. Ich habe jedenfalls eine Protestvergangenheit. Ich würde vielleicht gar nicht im Bundestag sein, wenn ich mich in meiner Heimatregion am Niederrhein als Mitglied der Jungen Union damals in meinen Teenagerjahren massiv gegen den Braunkohletagebau Gachtweiler II eingesetzt habe. Das war nicht im Zentrum der Klimaschutzfrage, sondern auch eine Heimatschutzfrage. Tausende von Menschen müssen und mussten ihre Heimat verlassen, ihre Dörfer verlassen, wurden abgebaggert. Und ich halte das auch für ein Problem. Ich habe auch ein Problem damit gehabt, dass eine Partei, der ich angehöre, die auch konservativ sein will, damit wiederum kein Problem hatte. Erst recht auch damit, dass dann Rot-Grün diesen Tagebau genehmigt hat in NRW. Und wir haben protestiert, haben auch ein bisschen was erreicht. Die Tagebaugrenzen wurden damals schon verringert oder verkleinert. Wie weit ging der Protest? So, und dieser Protest, das waren Menschenketten und Lichterketten. Wir haben keine Straße gesperrt. Wir haben erst recht nicht, wie das im Hambacher Forst, den unbeschreiblicherweise passierte, ist von einigen jedenfalls Polizisten mit Fäkalien beworfen, haben uns nicht an Straßen geklebt. Und jetzt kann man sagen, naja, hätten wir vielleicht mehr erreicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben etwas jedenfalls erreicht, nicht so viel, wie wir wollten. Aber der Tagebau wurde kleiner, es wurde wahrgenommen, das Thema. Und ich glaube, man kann in unserer Gesellschaft durch demokratische Wahlen, durch Demonstrationen, durch Versammlungen, durch Protestaktionen einiges erreichen. Man muss dafür nicht Gesetze berechnen. Ich glaube, das kann eher zum Gegenteil führen. Ich glaube eher, dass die Klimaaktivisten hier in Berlin und anderswo ihrem Anliegen eigentlich Schaden zufügen, weil Menschen auch trotzig darauf reagieren jetzt. Darauf wollen wir auch noch eingehen. Noch mal nachgefragt ist es aber nicht so, dass gerade auch Bewegungen häufig durch Aktionen erst einen gesellschaftlichen Umbruch einleiten konnten. Ist das immer so leicht zu trennen, dass man sagt, es gibt hier den friedlichen Protest und dann gibt es da strafrechtlich relevante Aktionen? Ich glaube, man kann im Rechtsstaat nicht zwischen gut und schlechten Straftaten oder Straftaten zu gut und schlechten Zwecken unterscheiden. Was würden wir sagen, wenn jetzt Rechtsradikale oder Reichsbürgergruppen die gleiche Aktionsform benutzen würden, weil sie sagen, wir haben in Deutschland zu wenig Abschiebung, was ja offensichtlich, wenn man die Zahl der Personen ansieht, die hier sich rechtswidrig aufhalten, sogar stimmen würde. Würden wir das genauso akzeptieren? Nein, ich glaube, da kommen wir auf eine ganz schiefe Ebene. Und außerdem kann man beim Thema Klimaschutz wirklich nicht sagen, dass das Thema jetzt neu in die Öffentlichkeit hineingetragen werden muss. Das ist da ganz stark. Seit ich dem Bundestag angehöre, seit es inzwischen 20 Jahren ist, haben wir immer wieder Debatten dazu gehabt. Wir haben auch Maßnahmen ergriffen, auch in den 16-Jahren-Regierungen unter Angela Merkel. Wir haben das größte Einzelprojekt zum Klimaschutz in ganz Europa beschlossen mit dem Braunkohleausstieg. Vor dem Zeitpunkt, wo es vielleicht sonst geplant war, jetzt 2038, sogar 2030 im Rheinland. Also wir haben einiges gemacht. Dazu haben Protestaktionen sicherlich ihren Beitrag geleistet, aber ich glaube, strafbare Handlungen nicht. Trotzdem, wenn ich darauf direkt reagieren darf, sind wir, glaube ich, wahrscheinlich einer Meinung, dass eben die Einhaltung der Klimaziele mit den augenblicklichen Schritten nicht möglich sein wird und dass das eine dramatische Entwicklung ist. Deswegen kann ich vollkommen verstehen, dass Menschen sehr beunruhigt sind, wie langsam Politik ist in der Umsetzung sozusagen des auch wissenschaftlich Notwendigen. Wir reden ja wirklich über auch ein ernstes Problem, nicht irgendwie, was schwierig werden könnte, sondern das hat existenzielle Bedeutung, diese Frage, wie wir gegen die Klimakrise vorgehen. Und trotzdem würde ich grundsätzlich zustimmen, zu sagen, der Weg kann nicht sein, Straftaten zu begehen, aber man muss eben genau hingucken. Nicht alles, was Protestform ist oder aktivistisch ist, ist gleich eine Straftat. Wir hatten hier in Berlin große Demonstrationen von Landwirtinnen und Landwirten, die hier mit ihren Treckern für eine bestimmte Landwirtschaftspolitik rumgefahren sind und natürlich den Verkehr auch blockiert und langsam gemacht haben, um auf ihr Thema aufmerksam zu machen. Und ich rate wirklich ab, dass wir in unserem Land, in dem Protest, Demonstrationen einfach dazugehören, zur freien Meinungsäußerung, auch seinen Unwillen vor den Reichstag zu tragen, zu sagen, das finden wir ätzend, ihr macht das und das nicht gut, dass man eben das immer gleich kriminalisiert. Und deswegen muss man wirklich genau hingucken, was ist eine Straftat, was ist Protestform, ist das wirklich eine Nötigung oder nicht. Und das machen bei uns die Gerichte. Und es gibt im Augenblick zahlreiche Verfahren, die laufen. Und ich habe das große Vertrauen, dass die unabhängigen Richterinnen und Richter, die unabhängige Justiz da zu sehr angemessenen und richtigen Urteilen kommt und beurteilen wird, ist das jetzt eine Straftat, ist das eine Nötigung, wie muss die bestraft werden, in welchem Strafrahmen. Und da sieht man sozusagen die Gelassenheit und auch die Stärke unseres Rechtsstaats. Zumal da auch sehr unterschiedliche Urteile vermutlich zunächst einmal rauskommen werden. Ich würde da aber doch nochmal einsetzen wollen, die letzte Generation wendet sich ja auch ganz ausdrücklich gegen die Ampelregierung. Und jetzt sind die Grünen nun mal ein Teil dieser Ampelregierung, wenn man so will, so etwas wie der parlamentarische Arm der Umweltbewegung. Zumindest wurden sie lange so wahrgenommen. Jetzt hat man auf der anderen Seite Fridays for Future, die Extinction Rebellion, jetzt die letzte Generation, also außerparlamentarisch Gruppen. Was sagt das über die Politik der Grünen und über die Arbeit der Grünen im Bundestag aus? Ja, erstmal glaube ich, dass das das gute Recht der Leute ist, auch von Klimaaktivisten unzufrieden damit zu sein. Und was die Ampel sozusagen in diesem Bereich bisher gemacht hat. Das ist vollkommen legitim, das zu kritisieren. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben viel erreicht. Wir haben jetzt auch gerade in dieser Krise und unserer Reaktion auf den Ukraine-Krieg, den von Russland ausgelösten, haben wir ja viel für Klimaschutz umgesetzt. Aber ich bleibe dabei, es wird sehr schwierig sein, das 1,5-Grad-Ziel zu halten. Und deswegen finde ich es legitim, das auch kritisch zu sehen. Nur Sie müssen sehen, die Rollenverteilung ist in einer Demokratie eben etwas anderes. Wenn Sie Aktivist sind oder empörter Bürger bezüglich eines Themas und da protestieren, dann haben Sie eine bestimmte Rolle, die Sie wahrnehmen können mit Ihren verfassungsrechtlich verbrieften Rechten. Wenn Sie Abgeordnete des Deutschen Bundestages sind, Teil einer Koalition, einer Fraktion, dann müssen Sie eben diese parlamentarischen Konsenslogiken mitmachen. Sie müssen den kleinsten gemeinsamen Nenner mit der SPD und der FDP suchen und im Bundesrat noch die Union einbinden. Und wenn viele sozusagen die Braunkohlekritische Grundhaltung von Günter Krings hätten, dann würden wir im Bundesrat auch mehr hinbekommen für den Klimaschutz. Aber ich will nur sagen, das muss man einfach akzeptieren als Abgeordneter, dass man eben nicht nur Recht hat und seine eigene Meinung, sondern dass man eben Kompromisse gehen muss. Und ich kann nur dafür werben, dass man versucht, eben größere Mehrheiten zu bekommen, um diese politisch notwendigen Ziele zu erreichen. Denn es geht um existenzielle Fragen. Da haben die Protestierenden völlig recht. Das sind die tiefen Verästlungen von Realpolitik, die Sie da gerade offengelegt haben. Lassen Sie uns nochmal auf das Selbstverständnis der letzten Generation schauen, Herr Krings. Die Forderung nach besserem Klimaschutz, das ist ja längst kein Randgruppenphänomen mehr, sondern das ist eine Forderung, die auch von weiten Teilen der Bevölkerung getragen wird. Was allerdings neu ist, ist der Begriff des Klimanotstandes, der jetzt eingeführt wurde. Ist das aus Ihrer Sicht ein sprachlicher Zufall? Rechtlich handelt ja jemand, der sich gegen einen Notstand wendet ohne Schuld, sagt das Strafgesetzbuch. Hat sich da jemand ganz genau überlegt, welche Begrifflichkeit er nutzt? Ich fürchte ja und ich halte den Begriff für sehr gefährlich, weil er dazu geeignet ist, mit einer bestimmten Rhetorik demokratische rechtsstaatliche Prozesse zu überspielen. Wir beide, Kollege von Notz und ich, wir tun unsere Arbeit im Deutschen Reichstag und er hat eine Zeit erlebt, auch als Gebäude, wo man gesagt hat, im Zeichen von Not, das wurde noch weiter ausgeführt, also ein ähnlicher Gedankengang, müssen wir jetzt mal die Gesetze abschaffen. Ich will jetzt niemanden in eine bestimmte Ecke stellen, das ist in dem Sinne nicht vergleichbar. Aber die Gefahr ist gleich oder vergleichbar, dass wer immer sagt, das Ziel ist jetzt so wichtig, da muss alles andere zurückstehen, das ist gefährlich für Demokratie und Rechtsstaat. Und nochmal, ich teile die Auffassung, dass der Klimaschutz, der Klimawandel erst mal gesagt, die größte Herausforderung und die größte Gefahr für unsere Zivilisation in diesem Jahrhundert ist. Gar keine Frage. Heißt allerdings nicht, dass wir damit besser umgehen können, wenn wir demokratische rechtsstaatliche Spielregeln nicht mehr ernst nehmen. Jetzt geht man bis ins Detail, weil es war der Vergleich mit den Landwirtschaftsdemonstrationen, die haben meines Wissens ihren Protest, ihre Demonstrationen angemeldet. Das kann man auch machen, das ist auch so vorgesehen. Es gibt im Einzelfall auch mal die Möglichkeit einer Spontandemonstration. Da gibt es Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, aber es gibt sicherlich nicht die Möglichkeit, jeden Tag oder jede Woche mehrere Spontandemonstrationen mit erheblichen Behinderungen durchzuführen. Und da muss man zwar unsere Strafgesetze im Lichte der Grundrechte auslegen, aber da sind die Grenzen auch in der Hinsicht, auch was die Grundrechte hergeben, deutlich überschritten. Und mit dem Notstand, wie gesagt, da ist die große Gefahr, dass dann alles nicht mehr gilt. Und da sollten wir wirklich aufpassen in einem Rechtsstaat. Andererseits, auch 2019 ist dieser Begriff schon mal vom Europäischen Parlament genutzt worden. War trotzdem falsch, war auch damals schon falsch. Ich finde auch, dass er eben eine falsche Tonlage in die Debatte bringt. Eigentlich deutet das ja an, dass es mit normalen rechtlichen Mitteln gar nicht möglich ist, das zu machen. Und das ist nicht so. Wir brauchen klare parlamentarische Mehrheiten, um das umzusetzen. Und wir haben ja gesehen, es gibt ja Menschen, die haben verdienstvollerweise diese Frage nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht getragen. Und das Bundesverfassungsgericht hat den Klägern Recht gegeben und gesagt, bei dem jetzigen Stand der Klimaschutzpolitik sind die zukünftigen Generationen in ihrer Freiheit massiv bedroht. Was für ein Urteil und auch was für ein Sieg des Rechtsstaates, dass man so ein Anliegen da so hintragen kann und damit obsiegen kann. Und jetzt muss man eben den parlamentarischen Weg gehen. Und das Problem bei dem Notstandsbegriff ist irgendwie, die Hütte brennt so lichterloh, wir müssen jetzt mal das Recht zur Seite wischen und sozusagen diesen, irgendjemand muss jetzt sagen, was gemacht wird. Und das atmet so einen Geist, den ich auch nicht gut finde. Und ich glaube, wir haben das als Demokratie im Kreuz, diesen Weg zu gehen. Und bei Wahlen wird entschieden, wer als nächstes welche Gesetze mit welcher Mehrheit macht. Und deswegen muss man dafür in diesen demokratischen Mehrheitsfindungsprozessen, die wir haben, eben werben und streiten. Ein weiterer Begriff, der von der letzten Generation genutzt wird, die sind ja jetzt Teil eines internationalen Netzwerks ziviler Widerstandsprojekte, ist der Begriff des Widerstands. Das ist ja eigentlich immer ein, oder auch der Begriff des Widerstandsrechts, das ist normalerweise ein Begriff, den man in Bezug auf Demokratiebewegungen nutzt. Ihre vorherigen Ausführungen bedacht, gehen Sie davon auch aus, dass auch dieser Begriff nicht genutzt werden sollte als Widerstandsrecht gegen die Klimapolitik? Also der Widerstand, dieser Begriff des Widerstands wird noch von ganz anderen Kreisen in Deutschland seit vielen Jahren benutzt. Und er impliziert, dass man sich sozusagen gegen Unrecht wehrt. Und das ist in einem Rechtsstaat ein verheerendes Bild, was erzeugt wird. Man kann unzufrieden sein damit, wie langsam der Prozess läuft. Dann muss die Mehrheit klare Mehrheitsverhältnisse bei den nächsten Wahlen schaffen. Und wenn man es ganz ehrlich sich mal anguckt, das Thema Klimaschutz spielt eine große Rolle politisch. Es gibt keine Partei mehr, die ernsthaft sagen kann, nee, also Klimaschutz, wovon redet ihr überhaupt oder so? Eine vielleicht. Eine vielleicht, genau. Die ist aber sowieso schwierig und das ist alles nicht rational. Aber die rationalen Parteien, die ein seriöses Angebot machen, die sagen das. Aber es gibt natürlich Unterschiede. Und da kann ich nur sagen, man muss dafür streiten, so mühsam und zäh das Geschäft ist, eben eine Mehrheit bei Wahlen zu bekommen, um das dann im geordneten Verfahren durchzusetzen. Und vielleicht noch ein Gedanke, weil ich wirklich ja auch der Auffassung bin, dass die Zeit knapp ist. Wir haben ja in den letzten Jahren bei all den Krisen, die wir gesehen haben, gesehen, wie schnell der Deutsche Bundestag, wenn es mal schnell gehen muss, Gesetze machen kann. Und deswegen glaube ich, dass diese Erzählung, wir haben keine Zeit mehr und jetzt der Rechtsstaat muss jetzt mal zur Seite gehen, jetzt muss einer sagen, wie es geht, dass das einfach irreführend ist. Denn wenn es darauf ankommt, können wir sehr schnell im Deutschen Bundestag Gesetze machen und handeln. Werden wir mal schauen, wann dann es ganz schnell gehen wird. Herr Krings, solange es noch nicht so schnell geht. Herr von Notz hat es angesprochen, es gibt auch andere Gruppen, die von Widerstand sprechen. Es gibt auch andere Gruppen, die einen gewalttätigen Protest begangen haben. Also ich denke jetzt an die Anti-Corona-Demonstrationen. Ist das eigentlich eine allgemeine Tendenz? Ist Gewalt quasi als Mittel im gesellschaftlichen Diskurs zurück? Oder müssen wir zumindest davor Sorge haben? Gewalt gab es durchaus immer schon. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es starker geworden ist, dass vielleicht auch die Entwicklung, wir haben ja von multiplen Krisen gesprochen, immer wieder neue Gruppen bringt oder Gruppen definieren sich um und haben vielleicht ein Geschäftsmodell jetzt nicht mehr. Also bei Corona die gleichen, die da demonstriert haben oder manche von denen haben jetzt vielleicht auch bezüglich des Ukraine-Russland-Kriegs eine Meinung, die vielleicht von der Mehrheit abweicht. Also da sehen wir schon mehr Protest, was erstmal in Ordnung ist, auch grundrechtlich geschützt ist, aber eben auch die Gefahr, dass manches in Gewalt umschlägt. Da muss man in der Tat genau schauen, wo sind Strafgesetze überschritten. Und das ist keine politische Frage, sondern rein ganz neutral, juristische Fragestellung. Und Widerstand haben Sie angesprochen, ist ja ein Begriff, anders als ziviler Ungehorsam, den das Grundgesetz kennt, seit den 70er Jahren etwa. Und das heißt, es unternimmt die, unsere Grundordnung, unsere freiwillig-demokratische Grundordnung zu beseitigen, gegen den darf ich Widerstand ausüben. Also es ist genau umgekehrt, wenn jetzt wirklich Gruppen hingehen würden, versuchten würden, eine, weiß ich, Anti-Corona-Diktatur, Klimadiktatur oder was man sich alles vorstellen kann, einzurichten, was es nicht gibt, dann in der Tat kann man über Widerstandsrecht nachdenken. Aber diejenigen, die den Rechtsstaat verteidigen wollen, die Demokratie verteidigen wollen, die machen genau das Gegenteil. Also gegen die Widerstand zu üben ist da gerade nicht in dem Sinne des Grundgesetzes. Die Herleitung der letzten Generationen ist es ja, dass man die Grundlagen einer Demokratie erhalten will. Ich zitiere mal von der Internetseite der letzten Generationen. Hier heißt es, wir sind nicht länger bereit, dieses Verbrechen an der Menschheit widerstandslos hinzunehmen. Wir werden nicht abwarten, während ein Staat nach dem anderen kollabiert. Am Ende sind wir alle in Gefahr. Wir sind der Überlebenswille dieser Gesellschaft. Wie nehmen Sie das wahr, wenn Sie das lesen? Und von wem sollen die Verbrechen ausgehen? Genau, die Frage muss man sich in der Tat stellen. Es ist erst mal Rhetorik, um Aufmerksamkeit zu erregen. Aber ich habe schon ein bisschen Sorge, dass aus der Rhetorik auch mehr werden kann, dass wir eine Radikalisierungsspirale bekommen. Da muss man eben aufpassen, dass da muss der Rechtsstaat gerade am Anfang konsequent reagieren, damit auch bestimmte abschreckende Wirkungen von den Strafgesetzen auch ausgeht. Aber man muss natürlich auch die Frage stellen, woran es eben liegt, dass wir noch nicht weiter sind beim Klimaschutz, dass wir wahrscheinlich 1,5 Grad nicht erreichen, dass wir um 2 Grad kämpfen müssen. Ich glaube, wenn man mal vergleicht, was Deutschland gemacht hat, ich sage nicht, dass man nicht noch mehr machen kann, und was andere Länder in Europa und erst recht außerhalb von Europa machen, dann sieht man, dass es eine internationale Aufgabe ist. Das ist nicht der Grund, dass wir weniger machen sollten, aber es zeigt eben, dass es nicht alleine reicht, wenn wir tätig werden. Also China war, glaube ich, bei der letzten Konferenz jetzt in Ägypten das größere Problemvergleich zu Deutschland. Und insofern müssen wir das auch wahrnehmen, dass wir ein internationales, globales Problem zu lösen haben, das Klima eben kein nationales ist, sondern da, glaube ich, wäre es sinnvoller, dass dann auch friedliche Proteste natürlich eher auch in die Welt hineingetragen werden, um die Länder zu überzeugen, die das Thema ignorieren oder jedenfalls weitaus weniger tun als Deutschland. Herr von Nutz, jetzt ist die letzte Generation aber bei uns hier in Deutschland auf der Straße. Sie kritisieren den Absolutheitsanspruch dieser Organisation. Was genau stört Sie daran? Sie haben es ja eben vorgelesen, mich stört daran, dass eben im Grunde keine andere Perspektive als legitim zugelassen wird. Also auch nicht Leute, die sagen, nee, aber das kann langsamer gehen oder so. Ich glaube auch, dass es schneller gehen muss, aber ich lasse immerhin den Gedanken zu, dass andere Leute auch eine okaye Perspektive darauf haben können und man eben gemeinsam einen Weg finden muss in dieser Krise und die wir haben, der Klimakrise. Und deswegen ist dieser Duktus natürlich irritierend. Ich warne aber sehr davor, jetzt diese Geschichte aufzumachen. Das hat hier heute Abend niemand getan, aber eben zu sagen, ja, Wahnsinn, die sind ganz gefährlich und so schlimm, da wird der Umsturz geplant und was da nicht alles, die Klima-Raff und so die letzten Wochen diskutiert wurde. Erstmal würde ich allen sehr raten, darauf nicht ein politisches Süppchen abzukochen auf der letzten Generation. Das schadet auch dem Klimaschutz und der politischen Bekämpfung der Klimakrise. Schadet das auch, wenn man diese Debatte jetzt instrumentalisiert und, sage ich mal, weniger politische Aktivität für den Klimaschutz dahinter verbirgt, dass man ein aufrechter Kämpfer gegen die letzte Generation ist. Das führt auch in die Irre. Und dann muss man sagen, manche überziehen es halt auch krass. Ja, die Union hat eine Gesetzesänderungsvorschläge in den Deutschen Bundestag eingebracht, die wir an vielen Stellen unnötig finden. Aber sie haben nicht mit eingebracht, sozusagen eine Ausweitung der Präventivhaft, was ich gut fand. Ich habe gehört, es hat eine Diskussion in der Fraktion darüber gegeben und dann wurde das aus dem Antrag rausgenommen. Das ändert nichts daran, dass in Bayern hier Leute, sozusagen wegen drohender Ordnungswidrigkeiten für 30 Tage oder länger in Haft genommen werden. Und das ist genau nicht der souveräne, gelassene, am Recht orientiert, Rechtsstaat, der reagiert auf sowas. Sondern das hat so eine Überzogenheit und ich sage mal, von der Tonlage spiegelt das sozusagen die letzte Generation. Davon würde ich scharf abraten. Ich würde sagen, wir haben super Gesetze. Die Richterinnen und Richter werden das ausurteilen, entscheiden, was ist eine Straftat und was nicht. Was ist eine Ordnungswidrigkeit und was ist legitime Protestformen. Und deswegen muss man wirklich gucken, dass man nicht anhand dieser Tonlage, die Debatte in unserer Gesellschaft unnötig verschärft. Denn wir brauchen Konstruktivität. Ich verspreche Ihnen, darüber werden wir noch ausführlich diskutieren. Würde ich gerne, ja. Erstmal bei den Aktionen, die überhaupt von den Gerichten bewertet werden sollen. Also wir haben ja in der Regel zwei wesentliche oder im Wesentlichen zwei Aktionen, um die es geht. Wir haben einmal die Beschädigung von Kunstwerken und wir haben die Klebeblockaden. Sie haben das medienwirksame Kampagnen genannt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und das kritisiert. Aber geht es nicht genau darum, dass wenn man die Ansicht vertritt, man hat eben nur noch ein Zeitfenster von zwei, drei Jahren, dass man dann Aufmerksamkeit für die eigenen Belange erwirkt? Also ich glaube, die größte Aufmerksamkeit in den letzten Jahren für dieses Anliegen hat Fridays for Future erzeugt. Und zwar durch friedliche Proteste, durch konstruktive Ansätze, durch einen Diskurs mit Argumenten in der Sache. Bei den Kunstwerken will ich sagen, ganz offensichtlich wird ja sozusagen mit der Bedrohung dieser Kunstwerke gespielt. Und das finde ich auch nicht richtig und unterirdisch. Es kann sein, dass es da an Beschädigungen von Rahmen von bedeutenden Kunstwerken kommt. Das finde ich auch falsch. Aber es ist jetzt bisher nicht so, dass diese Kunstwerke beschädigt werden. Das sage ich ohne diese Taten zu relativieren. Ich sage nur, strafrechtlich ist es eben ein Unterschied. Es braucht eine Substanzverletzung und so, um eine Sachbeschädigung zu sein. Und vor allen Dingen finde ich die Konsequenz daraus problematisch. Nämlich, dass immer mehr Museen anfangen, eben restriktiver den Zugang zu diesen Kunstschätzen für die Öffentlichkeit zu gestalten. Schulklassen können weniger ins Museum gehen und so weiter. Das ist alles nicht gut. Und das hilft dem Klimaschutz gar nichts. Und insofern atmen diese Aktionen einfach eine Selbstgerechtigkeit, die eben kontraproduktiv sind. Herr von Notz hat es angesprochen. Es gibt eine Diskussion, wie man darauf reagieren soll. Allgemein gefragt, was für ein Mittel hat eigentlich eine liberale Gesellschaft, um solchen Aktionen gegenüber zu treten? Und läuft sie nicht ständig Gefahr, selber illiberal zu werden mit der Reaktion darauf? Also man muss besonnen darauf reagieren, aber nicht gelassen. Man kann nicht gelassen bleiben, wenn hier eine Gruppe nicht nur einzelne Strafgesetze in einzelnen Fällen, sondern insgesamt damit sagt, das ist jetzt so wichtig, mein Anliegen, dass ich ganz bewusst Strafrecht, sonstigen Rechtsrahmen ignoriere. Insofern muss man das ernst nehmen. Und auch sehen, dass es hier enge Verbindungen gibt von einigen dieser Gruppen, auch zu linksextremen Organisationen, dass es Solidaritätsbekundungen gibt. Das kann man nicht ganz gelassen sehen. Das heißt nicht, dass das selbst schon Extremisten sind. Aber da gibt es eine gewisse Nähe und da muss man genau hinschauen. Das darf man sozusagen nicht verschlafen. So, und dann sind die konkreten Taten, da bin ich ganz beim Kollegen, abzuurteilen von Richtern. Staatsanwaltschaften haben sich damit zu beschäftigen. Und selbst manche Äußerungen, die wir da hören, auch von Mitgliedern der Bundesregierung, da müssen jetzt konsequent harte Strafen folgen, das finde ich schon fast zu weitgehend. Die Gerichte sollen ihre Arbeit machen. Und wenn wir als Gesetzgeber, und wir sind da an der Stelle an der Auffassung, dass wir Dinge nachschärfen müssen, der Auffassung sind, Gerichte haben vielleicht zu milde geurteilt, dann gibt es nur ein Mittel, eine Sprache, die wir mit den Gerichten sprechen dürfen, nämlich die der Gesetzgebung. Deswegen ist die Aufgabe der Rechtspolitik oder der Politik überhaupt, dann Vorschläge zu machen, ob wie Strafgesetze zu ändern sind. Insofern haben wir auch nie vorgehabt, eine Präventivhaft auf Bundesebene einzuführen. Die gibt es in den Ländern, übrigens in jedem Land. Selbst in Berlin gibt es natürlich einen Tag, in Bayern 30 Tage dazwischen, versammeln sich die anderen Bundesländer. Hier wäre es darum gegangen, ob man ja den Paragrafen 240 Nötigung in den Katalog der Taten für Untersuchungshaft aufnehmen. Da steht sogar Betrug drin. Also das hätte ich jetzt nicht so skandalös gefunden, dass man in den Fällen, wahrscheinlich wenige, wo eine hohe Strafe zu erwarten ist, auch Untersuchungshaft anordnen kann. Das war also weit weniger skandalös oder problematisch, als man daraus gemacht hat. Das wäre durchaus konsequent gewesen. Wir haben uns aber auf materielle Strafrechtsänderungen beschränkt. Übrigens wollen wir witzigerweise in der Plenardebatte, beispielsweise von SPD-Rädnern, einerseits kritisiert, das wäre zu scharf und dann drei Monate Mindeststrafe, das bringt doch gar nichts. Also teilweise frage ich mich, ob wir vielleicht noch härter hätten Vorschläge machen müssen. Und ich glaube, dass wir einfach deswegen als Gesetzgeber gefragt sind, weil diese Proteste jetzt, auch Stichwort Straßenblockaden, eine andere Dimension haben. Also das, was wir seit Jahrzehnten kennen, dass Sitzblockaden stattfinden. Da gab es auch Urteile des Verfassungsgerichts, des Bundesgerichtshofs drüber. Die werden relativ schnell abgeräumt. Aber das Festkleben ist etwas anders als sich hinsetzen. Das führt eben zu deutlich längeren Staus, zu deutlich längerer Behinderung, hat ja auch zu fatalen Fällen geführt, dass Rettungswagen nicht durchkamen und Ähnlichem. Und dass da wir als Gesetzgeber überlegen, brauchen wir dann eine Strafschärfung, finde ich richtig. Das Ganze wird dann übrigens so, ist der Geschäftsgang in den Ausschüssen, vor allem im Rechtsausschuss diskutiert. Dann gibt es nach unserer Vorstellung eine Anhörung. Da wird man dann genau feststellen, wo gibt es Lücken, wo müssen wir Dinge verändern. Und ich glaube, der Diskussion müssen wir uns als Gesetzgeber stellen. So können wir mit Gerichten kommunizieren, nicht indem wir härtere Strafen fordern. Und ein Punkt, der mich irritiert, nicht nur bei dem Thema, aber bei dem auch. Wir haben in Berlin in der Regel so Tagessätze, 20 Tagessätze für eine Straßenblockade. In Stuttgart für den etwa gleichen Fall 110 Tagessätze. Wenn wir sagen, wir hätten eine Mindeststrafe von drei Monaten, die wird dann oft auch in Geldstrafe umgewandelt werden. Dann hätten wir zumindest einen etwas engeren Korridor. Ich finde es ein bisschen irritierend, wenn die Strafen so weit auseinander gehen, zwischen Norden und Süden. Also dann eine gewisse Einheitlichkeit reinzubringen. Auch die Abschreckungswirkung bundesweit gleich zu haben, wäre schon sinnvoll und ist Teil unseres Forderungspakets. Trotzdem, wenn ich darauf Bezug nehmen darf, also die Präventivhaft, an der ist das Problematische geschaffen worden, ist sie um islamistische Gefährder... Bei den Ländern, genau. Von den Ländern geschaffen worden. Genau, von den Ländern geschaffen worden. Im Durchschnitt liegt das bei 14 Tagen. Manchmal kann man das verlängern, wenn man eine bestimmte Abschiebung nicht durchgesetzt bekommt. Jetzt nennen wir sie nicht für schwerste Straftaten an. Ich meine, wir reden über Haft ohne Prozess. Das ist in einem Rechtsstaat ein schwerwiegender Eingriff. In Bayern wird das derzeit wegen der Gefahr drohender Ordnungswidrigkeiten gemacht. Und das ist einfach problematisch. Das wird vor dem Bundesverfassungsgericht meiner Ansicht nach auch nicht halten. Wir werden es sehen. Keiner hat Anspruch angelegt dort. Keiner der Betroffenen hat Klage. Ja, genau. Das ist eben... Begründung dafür hat man auch schon gehört, weil man halt die Aufmerksamkeit... So ist es. So ist es. Und das ist auch nicht gut. Und deswegen sage ich, ich kann übrigens auch gerade den Begriff der Besonnenheit nehmen. Das finde ich auch gut. Ja, der Rechtsstaat muss besonnen reagieren. Wir wissen ja noch gar nicht, was die Gerichte damit machen. Es ist nicht letztinstanzlich entschieden. Und deswegen jetzt an dieser Strafverschärfungsschraube zu drehen, hilft uns nicht weiter. Sondern wir müssen abwarten und gucken, was die unabhängige Justiz damit macht. Wir haben teilweise einen großen Strafrahmen. Leute können richtig Freiheitsstrafe bekommen, wenn die Straftatbestände erfüllt sind. Teilweise der besonders schwere Fall kann es richtig Haftstrafen für geben. Und ich glaube, man sollte jetzt eben nicht in dieser Aufmerksamkeitsspirale so das auch noch befeuern. Das ist ja genau das eigentlich, was das Problem ist. Wir reden jetzt die ganze Zeit über die letzte Generation und finden wir diese Protestform okay oder nicht okay. Aber wir reden nicht darum, was man für den Klimaschutz tun kann. Und viele, jetzt nicht hier am Tisch sitzende, aber verstecken sich eben auch mit ihren mangelhaften Angeboten in Sachen Klimaschutz dahinter, dass sie sagen, ja, also Klimaschutz, ja, habe ich jetzt keine Antwort drauf. Aber was die letzte Generation macht, das finde ich ganz abartig und schlecht. Und da mache ich jetzt erst mal was gegen. Wir müssen als Gesellschaft klarkommen und sozusagen für mehr Klimaschutz uns einsetzen, parlamentarisch. und deswegen würde ich darauf jetzt keine Zeit verschwenden. Ich habe ehrlich gesagt wirklich das Vertrauen, dass unsere Justiz und zwar sowohl in Baden-Württemberg als auch in Berlin als auch im schönen Schleswig-Holstein zu guten Ergebnissen kommt. Ich habe ja schon einen Freispruch in Schleswig-Holstein, bei dem Fall. Um alle Nicht-Juristen auch mitzunehmen, lassen Sie trotzdem noch mal über die in Rede stehenden Aktionen sprechen. Also wir haben einmal das Bewerfen von Kunstwerken mit Farbe oder Brei. Da sind wir in einer Sachbeschädigung, weil wenn man es wegmacht, wird da die Substanz angegangen. Ich glaube, das zweite Semester Jura, in denen man das lernt. Dann haben wir aber noch das Festkleben auf der Straße. Was ist das eigentlich, Herr Krings? Ist das Nötigung? Ist das Sachbeschädigung? Was ist das? Also bleiben wir erst mal bei dem Thema des Bewerfens von Kunstwerken. Da vertrauen offenbar die Täter nach ihren eigenen Aussagen, dass da eine Glasscheibe ist. Wie gut die schützt, ob die tatsächlich schützt, weiß ich nicht. Es gibt natürlich keine fahrlässige Sachbeschädigung. Insofern denkt auch der Bundesjustizminister, also der Minister Ihrer Regierung darüber nach, ob man da vielleicht eine Strafschärfung braucht. Also ganz allein stehen wir mit dem Gedanken, dass auch der Gesetzgeber hier tätig werden muss, nicht. Denn den Effekt, den Herr von Notz angesprochen hat, der ist ja tatsächlich da. Wir sind jetzt dabei, aus den Museen, die eigentlich Offenorte der Kommunikation, der Bildung, auch Unterhaltung sein sollen, eine Art Hochsicherheitstrakt zu machen. Wir sehen jetzt die reale Gefahr, dass die ersten Leihgeber überlegen, naja, soll ich wirklich mein Kunstwerk hier ausleihen, um zur Öffentlichkeit zu zeigen, ich behalte es lieber in meinem eigenen Depot. Oder Kunstwerke, die in der öffentlichen, also die in der öffentlichen Eigentum sind, werden vielleicht auch lieber, wenn sie besonders wertvoll sind, dann nicht mehr gezeigt und nur noch selten gezeigt. Insofern muss man hier schon auch die Frage stellen, ob nicht, selbst wenn es zu keiner Substanzbeschädigung kommt, trotzdem hier strafwürdiges Verhalten vorliegt und wir an der Stelle auch eine Nachschärfung bräuchten. Wir haben im Bereich, Haus Friedensburg kann man sicherlich von ausgehen, haben wir in dem Bereich auch. Wir haben auf der Straße natürlich den Nötigungstatbestand, da gibt es eine klare Rechtsprechung, die sagt interessanterweise, das erste Auto, was anhalten muss, das ist noch keine Nötigung, aber ab dem zweiten Auto, weil es ja auf den Hindernis des ersten Autos stößt, so genau haben die Richter sich damit schon über Jahre beschäftigt. Das ist klar ein Fall der Nötigung. Ich finde, es macht einen Unterschied, ob die Blockade dann eine halbe Stunde anhält oder viele, viele Stunden. Und ich möchte es übrigens auch nicht so machen wie in Frankreich, da haben wir Bilder gesehen im Sommer, wo Polizisten einfach trotz klebender Hände die Leute weggerissen haben. Und ich will auch nicht, dass wir jetzt die ersten betroffenen Passanten haben oder Autofahrer, die das in Selbstjustiz machen. Deshalb muss der Staat hart reagieren. Und ich kann zumindest die Menschen verstehen, ich mache mir da nichts zu eigen, die sagen, 20 Tagessätze halten wir für wenig. Und ich sage aber als Politiker nicht, ihr Richter macht das nicht ordentlich, sondern ich sage, wir geben euch etwas engere Vorgaben, damit wir eben die etwas strengeren Orte aus dem Süden vielleicht dann auch im Norden haben und wir vielleicht eine etwas einheitlichere Abschreckungswirkung haben. Wenn Sie diese Handlungen so gut juristisch einordnen können mit bestehenden Strafgesetzen, reichen die dann nicht aus? Und ist vielleicht eine Strafschärfung dann nicht am Ende doch populistisch? Nein, also nicht alles, was populär ist, ist populistisch. Also ich glaube, dass wir durchaus etwas Populäres, aber nichts Populistisches fordern. Denn hier habe ich gesagt, dass es Tatbestände gibt. Im Museum kann man die Frage stellen, ob es da vielleicht so eine Lücke gibt, aber wir haben Tatbestände im Übrigen, die einschlägig sind. Aber die Frage ist die des Strafmaßes. Und nochmal, da muss man jetzt Rechnung tragen, dass es eine andere Art von Tatbegehung jetzt ist, als das, was wir über Jahrzehnte als Sitzblockaden zum Beispiel kannten. Und dass wir darauf als Gesetzgeber reagieren, ist nicht nur legitim, sondern macht auch Sinn, es entsprechend dann anzupassen an der Stelle. Und das ist genau das, was wir vorgeschlagen haben. Und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass die eine Debatte, die wir bisher im Bundestag darüber geführt haben, irgendeine Klimaschutzdebatte oder ein Klimaschutzgesetz verdrängt hat. Also der Bundestag arbeitet weiter in genauso großer Geschwindigkeit an den Klimaschutzthemen, auch wenn wir dann mal eine Debatte zu der Frage der strafrechtlichen Reaktion machen. Herr von Nott, Sie haben die Präventivhaft, so will ich sie mal nennen, gerade schon angesprochen. Was kritisieren Sie da ganz genau? Verstützt das gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip oder geht es ihm da möglicherweise auch darum, dass der Staat da halt mit einem Mittel reagiert, das eher zu einem Aufschaukeln führen wird? Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also erst mal, Haft ohne Prozess ist die absolute Ausnahme. In diesem Fall der islamistischen Gefährder gab es eine Argumentation, bei der man sagen konnte, da muss man im Zweifelsfall schnell handeln können. Die Prozesse dauern lange. Man muss Sicherheit sorgen, bevor sich hier jemand ein Attentat begeht. Da muss man was tun. Jetzt reden wir, und jetzt kommt es so, wie alle befürchtet haben, die das damals schon kritisch gesehen haben, jetzt wird das auf Ordnungswidrigkeiten ausgedehnt. Und ich kann nur sagen, das ist gefährlich für einen Rechtsstaat. Und gerade für einen liberalen Rechtsstaat, der wir sind und ja auch sein wollen, glaube ich. Deswegen, nicht, und in Bayern ist es so, es gibt diese 30 Tage, das kann noch mal um 30 Tage verlängert werden. Und das ist einfach vollkommen unverhältnismäßig. Man kann diese Aktionen, ich teile das, schlecht finden, kontraproduktiv. Aber sozusagen da solche Keulen rauszuholen, das ist eben keine souveräne Antwort auf diese Herausforderungen. Und sie befeuert natürlich auch das Gefühl der letzten Generationsleute, die eben das Gefühl haben, irgendwie es mit einem Staat zu tun zu haben, der sie nur wegschließen will. Und deswegen, ich würde diese Argumentationsfiguren wirklich nicht aufbauen wollen, sondern einfach darauf vertrauen. Und ich will es noch mal sagen, weil jetzt irgendwie das grün regierte Baden-Württemberg von Kretschmann hier gegen Berlin gestellt wird, wir haben in der Justiz einen föderalen, sage ich mal, Blumenstrauß von 16 Ländern. Das ist sehr unterschiedlich. Daran wollen wir ja eigentlich nicht rütteln, sondern es gibt da eben unterschiedliche Ausprägungen und auch ein bisschen unterschiedliche Grundhaltungen, die da an den Gerichten auch zum Ausdruck kommen. Das gehört zu unserem pluralen, föderalen Land dazu. Und trotzdem glaube ich, es wird so sein, wie Goethe Krings es sagt, nämlich, dass je länger diese Protestformen dauern, umso mehr verändern sich natürlich auch die, sage ich mal, Einschätzungen der Gerichte zu diesen Protestformen. Wenn du eben einmal eine Demonstration machst, dann guckt man da anders drauf, als wenn du sie jeden Tag über Monate und Jahre machst. Und deswegen einfach mit Besonnenheit und Gelassenheit und vor allen Dingen in dem Vertrauen darauf, dass unser Land funktioniert, unsere Justiz funktioniert, unser Rechtsstaat funktioniert, auf diese Protestformen reagieren. Herr Krings, der Ansatz, diesem Protest jetzt mit sehr harten Mitteln zu begegnen, staatlicherseits, Sie haben das ja auch hergeleitet, warum ein Staat das machen muss, das kann man ja auch unter die Überschrift wehrhafte Demokratie subsumieren. Ist das nicht aber auch möglicherweise eine Falle? Deutschland hat ja schon mal erlebt, dass es so eine Art von Aufschaukeln gab und dann ein unauflösbarer Konflikt und eine Konfrontation gestanden hat. Muss man daraus nicht lernen und jetzt versuchen andere Wege vielleicht mit mehr Kommunikation zu beschreiten? Also Kommunikation ist immer gut und auch das zu erklären, was man vorhat und was man beabsichtigt, was man einfordert. Und ich würde auch nicht unterschreiben, dass wir hier sehr hart reagieren. Ich glaube, wir reagieren angemessen. Wir haben nochmal neue Begebungsformen. Das Festkleben ist was anderes als die klassische Sitzblockade, wenn ich so sagen darf. Und dass der Staat dann sagt, dann muss das Strafmaß auch etwas höher sein. Wie gesagt, wir haben nicht gesagt, es muss mindestens sechs Monate sein. Das wäre dann immer Freiheitsstrafe, sondern drei Monate. Da haben dann Leute gesagt, naja, sogar von den Sozialdemokraten, das reicht ja gar nicht, dann sind ja gar nicht in Haft. Ja, weil natürlich immer noch der Richter abwägen soll, ob das jetzt ein Fall ist, wo jemand sofort einrückt in die Haftanstalt oder ob man nochmal eine Geldstrafe gibt. Aber nochmal, ich finde schon, es sollte nicht von Grundhaltungen von Richtern abhängen, wie entschieden wird, sondern es muss in einem, natürlich muss ein Spielraum da sein. Jeder Fall ist ein Stück weit anders, jede Person ist ein Stück weit anders, aber der Korridor sollte nicht so weit werden. Und wir müssen da auch, wenn wir abschrecken wollen, wir können, glaube ich, hier abschrecken, müssen wir fühlbare Strafen an der Stelle haben. Und nochmal, wir kennen, dass wir bestimmte Täter, da kommen wir mit Abschreckung nicht so weit, die im Affekt handeln, die aus Trieb oder Sucht handeln oder wo es eine geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit gibt. Hier alles nicht der Fall. Fast lehrbuchartig sind das hier Personen und Fallkonstellationen, wo Abschreckung auch wirken kann. Das sind Menschen, die andere Möglichkeiten haben, ihren Prozess zu äußern, die auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung durchführen. Vielleicht nicht der allerhärteste Kern, aber viele davon sicherlich. Und die abschreckende Wirkung des Strafrechts muss funktionieren. Und zurzeit ist das eben eingeschränkt nur der Fall. Wobei eine Strafe was anderes ist als eine Präventivhaft, die ja im Wege der Gefahrenabwehr... Die will ich auch gar nicht verteidigen. Die will ich auch gar nicht verteidigen. Ich glaube, dass wir mit Untersuchungshaft hier eher zurecht kämen, die auch nur selten verstreckt werden würde. Da hätten wir nämlich ein Gerichtsurteil. Präventivhaft gibt zwar auch einen Richter, aber eben kein Verfahren. Insofern, alle Länder wollen das. Die Polizeipräsidentin von Berlin will sieben Tage am liebsten haben. 30 Tage mag ein bisschen viel sein. Aber nochmal, ich halte das Instrument Untersuchungshaft für besser als unter Bindungsgebahrheit. Herr Vernotz, wir haben noch 20 Sekunden. Würden Sie sich dem anschließen? Müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder in eine Konfrontationssituation kommen? Ich glaube, wir sind gut aufgestellt für diese schwierige Zeit. Wenn man sich umguckt in der Welt, die Form von Rechtsstaat, liberaler Demokratie, offener Gesellschaft, die wir haben, darum beneiden uns viele. und wir werden mit dieser Grundhaltung, wenn wir unseren verfassungsrechtlichen Prinzipien festhalten, gut auch durch diese Fragen kommen. Herr Vernotz, Herr Krings, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die Diskussion Ihnen zu Hause. Vielen Dank für Ihr Interesse, fürs Zuschauen. Bleiben Sie jetzt bei Phoenix. Es folgt das Aktuellste vom Tag und bleiben Sie wie immer gesund. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.